Vor den beiden letzten Tonnerinnen noch einmal die Situation, es führt Gabriela Potowak mit 9,975 vor Svetlana vor winster Jahr 9,937. Aber diese junge Tonnerin, Olesja Dudnik aus der Sowjetunion, ein neues Gesicht, erst 14 Jahre, kann noch in die Medaillenringe kommen. Walter mit halber Drehung, sehr sehr schwierig. Die höchste Schwierigkeit ihrer Übung hat sie sich für den Schluss dann aufgehoben. Die Dreifachschraube, Achtung! Und zum sicheren Stand. Ja, die schwierigste Übung, keine Frage. Getum von der kleinen Olesja Dudnik, gestern 6. im Herkampf. Gratulation von Svetlana Borginskaya, von der Trainerin. Ja, das war eine der stärksten Übungen, die ich jemals gesehen habe an diesem Gerät. Schauen Sie den Abgang, die Dreifachschraube. Und sie steht bombensicher. Zur Erinnerung, Gabriela Potterack, 9,975. Was fordern die Zuschauer? Beine 10. Und jetzt folgt ja noch die Olympiasiegerin. Und die Titelversorgung.